Okay, Holz kann man mit der neuen Gottsleaf CD nicht hacken. Aber sie klingt geil! Genau! Ab dem 27. September europaweit im Handel, bei der Band selbst oder online. 100% Fresh Metal! 100% Fuck You! Machines, Machines, Murderous Machines. Killing by Emmanuel, Spiritualist Geek. Here comes the club! Vielen Dank!